Wir haben uns jetzt sehr deutlich die letzten zehn, zwölf Jahre genau angeschaut, wie die Vergabe geschichten waren. Jetzt ist ein Thema, für das der KWF nichts kann, dass das Budget kleiner geworden ist und hier geht die klare Forderung, zumindest diese 31 Millionen haben, die müssen auch für die Zukunft garantiert werden. Zweitens ist es für mich klar, und wenn man sich nicht die Anzahl der Anträge ansieht, sondern das Fördervolumen, also das Geld, das vergeben worden ist, ist der Anteil von Kleinunternehmen auf ein Drittel gesunken. Fast 60 Prozent geht in andere Institutionen und das dritte Punkt ist für mich wesentlich, dass wir die Forschungseinrichtungen quasi in das Land zugeben, dass das nicht mehr der KWF bezahlt, sondern das Land und dieses Freiweiten im Geld der Kern der Wirtschaft hier zur Verfügung gestellt wird. Was wir schon seit Jahren anprangern und was der Landesrechnungshof jetzt auch kritisiert, ist die freihändige Vergabe von Dienstleistungen im großen Stil seit vielen, vielen Jahren und immer wieder an ein und dasselbe Wiener Grafikbüro, wo eigentlich alle diese Leistungen auch in unserem Land von unseren Experten erbracht werden können. Wir fordern nicht nur vom KWF, sondern generell von allen landesnahen Gesellschaften und öffentlichen Unternehmungen, dass sie ihre Kommunikationsleistungen ausschließlich hier in Kärnten ausschreiben und vergeben.